Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir schauen jetzt in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir einen neuen Skin und eine neue Picke. Wir fangen auf der rechten Seite an. Hier haben wir den Eisbrecher. Den Eisbrecher kriegt von mir 6 von 10, das Ding. Für 500 V-Bucks. Hört sich richtig schön dumpf an. Dann schauen wir doch mal hier. Das ist das hier, der Eisbrecher. 3,81 von 5 bei 31 Votes. 107 Reminders am 16. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann haben wir den bombastisch. Finde ich richtig nice für 500 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 9 von 10. Das ist der bombastisch. Und der hat hier momentan 3,4 von 5 bei 5 Votes. 26. November 2018 das erste Mal drin gewesen. 17 Reminders. So, dann haben wir den Last des Regnen. Let it rain. Machen wir gerade noch mal. So, let it rain. Lass es regnen. 9 von 10. 500 V-Bucks. So, make it rain. Hier haben wir 4,29 von 5 bei 21 Votes. Am 6. März 2018 das erste Mal drin gewesen. 39 Reminders. Für 500 V-Bucks. Let it rain. Oder make it rain. Der Eindringling für 1.200 V-Bucks. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Das Ding kriegt von mir. 4 von 10. Der Infiltrator. Und der hat hier momentan 3,33 von 5 bei 15 Votes. Am 19. November 2017 bereits das erste Mal drin gewesen. 19 Reminders. Das Ding ist schon echt sehr, sehr lange am Start. Dann haben wir die Highland Kriegerin. Ich finde, da haben sie sich tatsächlich der hässlichste No-Skin rausgesucht, den sie finden konnten. Und haben dafür aber ein relativ cooles Gewand darum herum gepackt hier. Und da hinten auch dieser Rückenschild sieht echt cool aus. Aber das Tuste sieht nicht so toll aus da, das Mädel. So, und deswegen kriegt da die Highland Kriegerin von mir 6 von 10. Gucken wir mal ganz kurz, was hat die denn für Noten hier aktuell am Start. Das sind 3,14 von 5 bei 35 Votes. 14 Reminders am 23. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Für 1500 V-Bucks die Highland Kriegerin. Dann haben wir den Omen für 2000 V-Bucks. Den finde ich eigentlich, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Marvel-Verschnitt für Arme. Und das Ding kriegt von mir trotzdem 7 von 10. Weil so schlecht finde ich den jetzt nicht, den Omen. Ist jetzt nicht der Oberknaller, aber auch nicht so mega schlecht. Und da haben wir momentan 3,31 von 5 bei 100 Votes am 17. Juni 2021 das erste Mal drin gewesen. 101 Reminders, acht Mal schon am Start. Die Oracle-Hacke, die finde ich allerdings schon nice, muss ich sagen. Die sieht definitiv ganz gut aus. Und die Oracle-Hacke kriegt von mir 9 von 10 die Oracle-Axe. Die ist echt nice. Und dann haben wir hier 4,18 von 5 bei 22 Votes. 30 Reminders für 1200 V-Bucks die Oracle-Axe. Und dann sind wir auch schon im neuen Set angelangt. Wir fangen an mit dem Werkzeug. Das hier ist das Erntewerkzeug oder die Picke. Da haben wir einen Kaktus mit einer schönen Blüte drauf. Da unten, was ist das eigentlich? Das ist eine Spore. Finde ich, sieht eigentlich ganz witzig aus. Wie hört sich das Teil denn an? Ja. Ja. Ist ganz, ganz okay, das Ding. Der stachelige Schläger. Immer schön am Griff halten. Stell dir mal vor, da haut dir einer an Kaktus über die Birne. Das Ding kriegt von mir 7 von 10. Und das ist die Prickly-Axe. Und da ist bis jetzt, da haben wir aber schon 6 Reminders drauf, aber noch keine Benotung. So. Und dann haben wir die stachelige Streiterin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie sieht denn das aus? Ohne Scheiß. Das Ding in der Wüste. Dich sieht kein Mensch. Also. Ha 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 ha. Also. Ha 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 ha. Und sie sticht, sticht, sticht. Also normalerweise bin ich ja kein Fan von so einem Schrott. Aber das Ding finde ich einfach nur witzig. Und ich stelle mir gerade vor, normalerweise müsste ich mir so ein Teil da holen. Und müsste mich dann. Ich habe ja noch die Aufgabe. Ich soll mich ja irgendwann mal ins Finale campen. Und das auch noch gewinnen. Das habe ich ja. Das ist mir ja schon einmal gelungen. In einem Video. Das habe ich ja auch schon gezeigt. Aber ich habe die Herausforderung schon gesehen. Also ich habe das auch wahrgenommen. Und ich habe das auch nicht vergessen. Ich werde das auch irgendwann noch machen. Ich werde es mal probieren. Nochmal an einem Tag. Wirklich mich ins Finale zu campen. Und dann ein Match zu gewinnen. So. Stachelige Streiterin. Und sie sticht, sticht, sticht. Kriegt von mir. Ich finde das Ding irgendwie total bescheuert. Und irgendwie trotzdem mega cool. Kriegt von mir 8 von. Nein, 7 von 10. Wir wollen es ja nicht gleich schon übertreiben. 7 von 10. Für 800 V-Bucks. Das ist auch nicht viel. Für einen Skin. Und hock dich damit in die Wüste. Dich findet keine Sau. Am besten immer in Richtung Meer schauen. Damit man das von hinten sieht. Von hinten. Ja, wenn man guckt. Und mal hier. Von hinten. Könnte man glauben. Muss ich hinter den Stein hocken. Dann denkt man, der Kaktus ist auf dem Stein. So, wenn der oben so das rausguckt. So, Leute. Ja. Damit sind wir heute durch mit dem Item Shop. Und. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Den Kanal abonniert. Und das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt. Fortnite. Daily Shop News. Mit mir. Dem Herrn gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Ich freue mich auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020